Viele unserer Kunden fragen sich im Vorfeld einer Entwicklung, wie schnell sie mit ihrem Gerät kommunizieren können, wenn NB-IoT zum Einsatz kommt. Mit unserem Demonstrator haben wir genau das veranschaut. Die erste Komponente des Demonstrators ist eine Ventilsteuerung, wie sie in Hauswasseranschlüssen eingesetzt werden kann, um im Notfall das Wasser abzuriegeln und in der Zwischenzeit den Wasserverbrauch zu messen und mit NB-IoT in die Cloud zu übertragen. Die zweite Komponente ist ein batteriebetriebener Wassersensor, den wir frei im Haushalt platzieren können. Um eine lange Batterielaufzeit zu erreichen, übermittelt dieser nur ein paar Mal am Tag seinen Status. Detektiert er jedoch auslaufendes Wasser, sendet er sofort einen Alarm via NB-IoT in die Cloud. Nehmen wir folgendes Szenario. Der Schlauch Ihrer Spülmaschine platzt und nun möchten Sie, dass schnellstmöglich das Wasser in Ihrem Haus abgestellt wird, um weiteren Schaden von Ihrem Gebäude abzuwenden. Der Wassersensor erkennt das austretende Wasser, meldet einen Alarm an die Cloud, die Cloud meldet den Befehl zum Schließen an die Ventilsteuerung und in weniger als drei Sekunden ist das Ventil gesperrt und kein weiteres Wasser läuft in Ihrem Haus aus. NB-IoT kann also auch in zeitkritischen Anwendungen genau die richtige Technologie für Sie sein.